So, mal gucken, ob das mit der Aufnahme klappt. Ich habe am Turm rumgespielt. So, neuer Stream-Abend. Müsst ihr wollen in die Rakete? Ich habe eben im Chat mal gefragt, das mache ich jetzt für das Archiv. Ich hatte mich gefragt, wenn ich die blaue K... Ich wollte ja beide Zettel abgeben. Vielleicht springt dann hier jemand aus seinem Buch. Oder beide kloppen sich. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber wenn ich jetzt nur einen quasi befreie, falls das überhaupt geht, habe ich halt gefragt, ob es sowas wie drei unterschiedliche Enden geben kann. So ein rotes Ende, ein blaues Ende und ein, mach mal beide Karten Ende. Ich habe da sehr spoilerfreie Antworten bekommen, die mir nicht weiterhelfen. Wir werden also mal gucken, was wir machen. Ach nee, wir müssen das Buch noch lesen. Wir müssen das Buch lesen, in dem war ja die Klavier... Sagt man Klaviatur? Man sagt Klaviatur, ne? Meiner Erfahrung nach ist es egal. Nee, das Buch ist es nicht. Das ist es. So, das müssen wir... Ist das das richtige Buch? Ja, das Buch, das wir noch haben wollen, das lesen wir jetzt erstmal. Klaviatur sagt man. Schön. Komisch, wenn ich meine Bücher zuklappe und die wieder aufschlage, sind die nicht auf der Seite, wo ich weiß, das nennt sich Lesezeichen. Pass ja alles, ja. Es ist nun schon länger her, dass ich nur von Stille umgeben war und ich glaube, es fehlt mir sehr. Ich glaube, es gefällt mir sehr. Allerdings fühle ich mich aus unbekannten Gründen nicht willkommen in dieser neuen Welt. Aber wie könnte ich in einem Zeitalter ohne Bewohner unwillkommen sein? Das bilde ich mir selbstverständlich nur ein. Diese Welt ist wunderschön, aber ich glaube nicht, dass ich jemals in einem Tagebuch geschrieben habe, dass ein Zeitalter, das ich besucht habe, widerwärtig oder eklig ist. Von dem Grashügel aus, auf dem ich stehe, sehe ich ein paar grüne Felder und ein paar vereinzelte Wälder. In der Ferne glänzt ein ziemlich großer See. Er ist weit weg, aber ich erkenne sein blaues Wasser deutlich. Die Luft ist klar und am Himmel hängen nur vereinzelt weiße Wolken. Diese Welt ist atemberaubend und trotzdem überkommt mich erneut dieses seltsame Gefühl. Vielleicht ist es die heiße Brise, die weiter aus dem Norden weht. Vielleicht ist es die heiße Brise, die weiter aus dem Norden weht. Sie ist heißer, als ich mir sie hätte vorstellen können. Willkommen in meinem August. Fast als würde sie meine Haut versenken. Wenn sie aufzieht, fühle ich mich sehr unwohl. Ich werde versuchen, sie zu ignorieren. Es wird langsam Abend und der Sonnenuntergang ist spektakulär. Der Horizont im Westen ist in orange- und rote Töne getaucht. Obwohl es inzwischen Nacht ist, blüht der Horizont weiter rot. Dunkle Rottöne fließen über den Horizont und verschmelzen mit dem schwarzen Himmel. Da ist erneut dieses ungute Gefühl. Langsam glaube ich, ich bilde mir das nicht nur ein. Zuerst einmal muss ich schlafen, um genug Kraft zu haben, diese Welt morgen wieder zu erkunden. Aufgrund eines unvorhersehbaren Naturphänomens musste ich nach Hause zurückkehren. Es war schrecklicher, als ich das je erlebt habe. Ich wurde von so gewaltigen Erschütterungen des Bodens und Explosionen um mich herum aufgeweckt. Riesige Feuerbälle fielen vom Himmel und ich fürchtete so sehr um mein Leben, dass ich sofort ging. Ich musste daran denken, bei meiner Rückkehr ein Myst-Vertnüpfungsbuch mitzubringen. Falls das, was ich zurückgelassen habe, zerstört oder beschädigt wurde. Ich bin in eine andere Welt zurückgekehrt, als die, die ich nur vor drei Monaten vorgefunden hatte. Sie hatte sich in eine öde Wüstenlandschaft, na toll, und da will ich jetzt aber auch nicht mehr hin. In eine öde Wüstenlandschaft verwandelt, in der gigantische Krater die einzige Abwicklung bilden. Seltsamerweise war der kleine Grashügel, auf dem ich die erste Nacht verbracht hatte, noch genauso, wie ich ihn verlassen hatte. Offenbar hatten diese Meteore diesen Bereich wohl nicht getroffen. Der Hügel war wie eine Oase inmitten dieser schrecklichen Einsamkeit. Der heiße Wind aus meiner Erinnerung hatte sich in eine angenehme Brise verwandelt. Zumindest war das besser. Leider war es wohl die einzige Besserung hier. Der herrliche See, den ich bei meinem ersten Besuch gesehen hatte, war völlig ausgetrocknet. Allerdings gab es nur einen anderen See, der noch größer war, als der vorherige zu seinen Schienen. Das passiert halt, wenn man nachts das Kämpfeier anlässt. Ich vermute, dass ein Meteoreinschlag für diesen See verantwortlich war. Er war kreisrund und ein Felsen ragte aus seiner Mitte. Der Rest dieser Welt schien wie eine Wüste, doch das würde ich noch genauer prüfen müssen. Obwohl diese Welt rein visuell nichts Spannendes zu bieten hatte, war sie akustisch etwas ganz Besonderes. Ständig erreichten Töne meine Ohren. Den Ursprung von, toll, vorher war es so schön ruhig, den Ursprung von einigen, von einigen von ihnen konnte ich tatsächlich finden. Es scheint, wie Catherine sagt, dass ich in allen Schönheit zu finden weiß. Letzte Nacht wurde ich von einem schrecklichen Fauchen aufgeweckt. Ich schwitzte und die Hitze war so gewaltig, dass ich in meinem Kopf sofort einen nahegelegenen Bach stecken musste, um mich abzukühlen. Die heiße Brise war wieder da und hat ein dumpfes Grollen in der Erde mitgebracht. Ich ging ein paar Schritte, um mir die roten Flammen anzusehen, die aus der Erde schossen. Plötzlich taten sich Risse in der Erde auf und ein gewaltiger Abgrund entstand. Der Abgrund wurde immer größer. Schnell war er so groß, dass ich ihn nicht überspringen konnte. Das Ereignis endete und nur ein dumpfes Grollen war noch zu hören. Ich hatte jedoch beschlossen, den Abgrund für meine Zwecke einzusetzen. Vielleicht konnte ich die Hitze aus dem Abgrund nutzen. Hitze sammeln, strahlender Abgrund. Obwohl der Abgrund die Oberfläche dieser Welt zerstört hatte, so hat er doch auch eine ganz neue Welt für mich eröffnet, die ich erkunden kann. Trotz der unangenehmen Hitze konnte ich eine Höhle im Abgrund erreichen und nun bin ich tief unter der Kruste dieses Planeten aufgebrochen. Ich hatte ein unterirdisches Höhlensystem gefunden, für dessen Katalogierung ich viele Jahre brauchen werde. Außerdem will ich nach einem sicheren Weg als durch die Wand des Abgrunds suchen. Dieses Zeitdaten scheint sich von allein zu verändern. Deswegen sollte ich wohl gehen und sehen, ob sich etwas verändert hat, wenn ich wiederkomme. Die Windbraut, vielen lieben Dank für den Follow. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei den Valisern. Ich gucke gleich nochmal kurz wieder in den Chat. Ich will erst zu Ende lesen. Außen muss ich dringend nach Sirrus und Achena sehen, damit auch bei Ihnen alles in Ordnung ist. Wenn ich zurückkehre, kann ich hoffentlich ein paar Werkzeuge mitbringen, die mir bei der Erkundung des Untergrunds helfen. Die Fülle an Rohstoffen ist sehr beeindruckend. Ich habe bei meiner Rückkehr einige der komplexeren Werkzeuge mitgebracht, die ich hier benötigen würde. Ich war davon ausgegangen, dass ich noch mehr grundlegende Ressourcen mitbringen müsste, aber offenbar werde ich hier alles finden, was ich brauche. Natürlich gibt es Eisen in Hülle und Fülle, aber ich habe sogar Titanium-Adern gefunden. Ich freue mich, endlich loslegen zu können. Alles ist bereit und ich freue mich auf morgen. Meine Rohstoffe sind alle da. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche, um dieses Zeitalter in einem Jahr fertigstellen zu können. Was macht der denn da immer? Ich liebe es, mit den Händen zu arbeiten, egal ob es Bauen oder Schreiben ist. Heute Abend habe ich die Arbeit in der Brücke begonnen und obwohl meine Magnet-ID funktionieren wird, habe ich mich entschlossen, drei Meter reicht nicht, um die Balken zu stützen, obwohl das eigentlich eher davon abhängt von irgendwie eine Übertragungsschlüssel, Magnet, eine Brücke, unglaublich stark. Muss einer meiner besten Erfindungen sein. Ich bin extrem. Hätte nie gedacht, das so gut, das ist so gut, ich bezweifle, sollte es mit 14 statt mit 8 funktionieren können. Wie, wenn man mehr Sachen dran hat, ist es fraglicher, ob es dann funktioniert? Todmüde. Ich bin ja so froh, dass... Morgen. Heute gehe ich... Was ist denn mit der Tinte passiert? Heute gehe ich wieder, um Serums und Achena zu holen. Ich habe sie alleine in Channelwood zurückgelassen. Ich glaube, es wird Ihnen gefallen, hier alles zu sehen. Diese Zeit, da scheint jetzt wieder stabil zu sein. Ich glaube, die Meteore haben vulkanische Aktivitäten ausgelöst, die die dünne Kruste aufgerissen haben. Jetzt gibt es nur noch wenige Beben. Mir ist aufgefallen, dass seltsamerweise ein großer Teil dieses Tagebuchs von den Seiten verschwunden ist. Ach, auf die ich es in den letzten Monaten, 18 Monaten geschrieben habe. Zum Glück hatte ich viele meiner Baunotizen in ein anderes Tagebuch kopiert. Viele der Geheimnisse dieser Welt habe ich noch nicht verstanden, aber ich bin mir sicher, dass ich logische Antworten dafür finden würde. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Antworten auf viele meiner Fragen in einem anderen Zeitalter finden werde und dass ich schon bald reisen möchte. Doch im Augenblick muss ich die Geheimnisse dieser Welt einfach hinnehmen und stolz auf meine Errungenschaften sein. So, davon müssen wir ein Foto machen. Und das ist die Welt. Das ist der neue See mit dem Dings in der Mitte. Eigentlich weniger ein See als mehr eine Bucht, von der Idee her. Wo könnte denn hier die Brücke sein? Wir werden es sehen. Okay, das ist die Welt. Gut. Im Grunde war es ein Vorreiter von Pong. Ja, auf dem Osteoskop gab es. Windbraut, Nabind nochmal. Es gab auf dem Osteoskop, wo es gab es, ja, eine Art Pong, genau. Da habe ich was im Chat hier. Oh, Entschuldigung. Ach, das erste Kings Quest. Ja. Bei manchen Spielen ist es besser, die lieber nicht nochmal anzugucken und lieber in guter Erinnerung behalten. Also ich würde mir nicht nochmal einen C64-Emulator installieren. Weil Whistball... Moment. 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 Wow, okay. Sekunde. Ich stelle gerade fest, dass ich in der Aufnahme keinen Spielsound drin habe. Warum nicht? Warum nicht? Oh, dann stoppen wir sie mal eben. Nell, viel Spaß im Lurk. Oder schönen Abend erstmal. So, okay, jetzt müsste Ton da sein. Zum Glück habe ich eben nur vorgelesen, da hat das ja nicht gestört, wenn kein Ton da war. Wo will ich hin? Ist Fotoalbum will ich. Ich will dieses Bild hier mal eben öffnen. und ich mache mir jetzt ein Screenshot vom Screenshot. Ich ziehe mir das auf den zweiten Monitor mal eben kurz rauf. Das erachte ich als einfacher. So. Mal reinzoomen. Die können wir einfach mal durchzählen. So, okay. Falsch ausgesprochen, bayerisch bzw. ist er für grüßtig. Ach, okay. Ich möchte unbedingt platt lernen. Ehrlich. Der hier. Achso. Der hier. Das ist aber der fünfte. Nutzen Schrippeln. Schönen guten Abend. Das ist der fünfte. Das ist die erste Taste. Das ist die erste. Das ist die vierte. Die erste. Die vierte. Die fünfte. Das ist die zweite. Das ist die dritte. Also, wir müssen spielen. Okay. Das kann lange dauern bei mir. Ich habe ein ganz schlechtes Hörverständnis. Ich will mir das nicht merken. Okay. Nein. Nein. Okay. Musik Es kann Stunden dauern Es kann Stunden dauern Es kann einfach Stunden dauern Ja, ja, wir kommen morgen wieder hin Das kann wirklich dauern Ich muss Pause machen gerade Ich kann nichts hören Und Traum Liebe Kinder Wir bei einem Klavierlehrer Und ich bei Will Wir können ja auch versuchen zu singen Mann, das Wetter mit der Wartemusik ist lieb Aber es riecht dazu bald Dass ich jetzt gar nichts mehr hören kann Nein, so Um Schöne 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 Amen. Okay, dann können wir es anders machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kann man das abzählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Kann man das abzählen? 19,11 Kann man das abzählen? ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Ich bin damit nicht glücklich. Pano Hilfchen, er muss die Töne aus dem Bild, ja ja genau, ich muss die, dieses Bild hier, Fotoalbum, das Bild, so. So, die Tasten auf dem Klavier habe ich ermittelt und ja, jetzt geht es ums Hören, das ist das Problem. Also ich bin nicht, also in sowas bin ich nicht gut. Ich bin nicht glücklich. Ich weiß nicht, ob man sie abzählen kann. Im Leben nicht. Ja, vielleicht doch. Ach komm. Gedicht, dring die Töne mit Gewalt in deine Ohren, will dich mit seinem Spielbild hören. Leider blutet danach das Trommelfell und du kannst es Schmerzensquellen. Drum lassen die ein Bremer ins Klavier. Esst und bleibt kein Pläsier. Oh Mann, kann ich das abzählen? Also, das waren jetzt 13 von oben. Ich habe jetzt die Einzahl der Tasten auf dem Bild gezählt und habe es, ich kriege es nicht hin, glaube ich. Theoretisch, wenn man es abzählen kann, ist es das. Das ist so doof. Ähm, vier. Ich zapp nochmal raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Ich glaube nicht, dass es... Das ist so doof. Karlsson, nabend. Jürgen Ton einzeln, sonst kommst du durcheinander. Meinst du? Okay, versuchen wir es mal. Das ist der. Da sind wir uns einig, ne? Das ist sehr schön. Pando, das hilft mir gar nicht. Zwei. Das ist der Ton. Das ist der richtige. Ähm, vier. Das ist der richtige. Ja, einzeln, einzeln, einzeln ist wirklich eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Ah! Selbst, spoilerfreier Tipp, mach's einzeln, selbst gemacht. Toll, danke, war super. Karlsson. Ja, dankeschön. Die, 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 das nächste Gebiet geht, wird Ihnen präsentiert von Karlsson. Ich, genau, Karlsson, einfach mal Karlsson auf dem Dach fragen, genau. Wiener Madl, vielen lieben Dank für die 31 Monate. Du hast dein Cappuccino verloren? Das ist bedauerlich. Night Dragoon, nabend. Geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Cappu. Genau. Sehr schön. Boah, ey. Und da ist er mit hingeflogen. Aber ich hab vor diesen, bei Chören gab's auch so Musikrätsel. Ich fand's schlimm. Hab ich irgendein Problem mit Musikrätseln? Coole Noten. So, boah, wie kommen wir hier zurück? Es ist interessant, wie kommen wir denn hier? Der hat hier dieselbe Brücke gebaut wie, ist ja interessant. Das Ding kann gar nicht fliegen. Ich glaub, das kann nur Zeitreisen oder sowas. Hier ist ja viel los. Was das? Wollen wir erst mal ein Foto machen. Erst mal ein brauchbares Foto machen. Von, von was denn? Von. Ja, machen wir erst mal so eins. Ich brauch viel schönere Thumbnails. Hab ich festgestellt. Ich bin hier auch hoch. Ja, so, ist doch auch nett. Können wir mal machen. Oder so. Auch ein gutes Bett. Gut. Jetzt erst mal alles drücken und anfassen. Zack, fühlt man sich wieder gut. Ja. Jetzt erst mal es drücken und anfassen. Okay, das ist ein einzelnes Geräusch, hier laufen zwei Geräusche zusammen und hier laufen auch zwei Geräusche zusammen. Da muss ich wahrscheinlich irgendeine Frequenz einstellen dann, die... Jetzt flammt aber gewaltig was. Lief die Zeit eben noch rückwärts von da nach da oder wackelt der mal nur ein bisschen? Okay, gucken wir uns mal weiter um. Cool. Oh, ich will hier hochspringen. Ich kann nur Fotos machen. Ich will da hochspringen. Ich will, das sieht erfrischend aus. Das kalt ist, ich würde ganz gerne dran lecken. Ja, nehme ich jetzt eine rote Seite mit oder nehme ich eine nicht rote Seite mit? Ich lass sie erstmal liegen. Keine Ahnung, was das bewirken soll. Ich bin gespannt, ob noch Feuerbälle runterkommen. Sehenstein aus Elderskreis. Der Uhr geht's nicht gut. Zurück zu einem Weltzug fährt ab. Ja. Ups, haben wir hier was übersehen? Ne. Hübsch gemacht. Okay, das wird wohl diese heiße Luft sein, die aus dem Boden kommt. Uh. Flederraten. Erstmal bei Licht gucken und dann mal ohne Licht reingehen. Vielleicht ist es was fluges Zierendes an der Wand. Oder irgendwas Selbstleuchtenes, was man nur im Dunkeln sieht. Hm. Ab in die Bettgales, genau. Nanananananananananananananana. Ich habe jetzt hier nichts gesehen, weshalb wir es dunkel machen müssten. Vielleicht müssen wir aber auch Fledermauskacke sammeln und wir brauchen die Fledermäuse da drin. Dann müssen wir warten bis sie wieder kommen. Die hängen bestimmt draußen jetzt irgendwo rum und chillen. Ich lass Licht trotzdem mal an erstmal. Ich weiß, dann kommen sie bestimmt nicht zurück. Hübsch. Hübsch. Drei. Hübsch. Drei. Hübsch. Drei. Nero, einen schönen guten Abend. Was soll denn das Sigma-Symbol da unten sein? Wir haben auf jeden Fall, hätten wir hier die Möglichkeit so eine Funkwelle irgendwie abzufragen. Ach, scrollt er die vielleicht durch? Ja, wenn ich den drücke, scrollt er die einmal durch die Bilder. Aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Das ist das erste, das ist das zweite, das ist das, das ist das, das ist das, das ist auch so. Und ich kann den Kamerawinter verändern oder so. Vlogs! Danke für die 22 Monate Re-Stamp! Bei 500, äh, 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 at Freddy's, äh, hab ich das nicht sogar mal gespielt? Ja. 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 Da. Ja. 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 Mann, warum kommst du denn da mal raus? Der Mann, warum kommst du denn da mal raus? Ok, wir gehen hier mal weg. Und was war denn das für ein Geräusch oben, dieses metallische? Das ist aber ein langer Weg, den wir laufen müssen. Keine Spoiler bitte, Carlsen, aber du gehst wahrscheinlich nur mit, denke ich mir. Obwohl, du musstest Tone treffen, ja gut, da kann man auch super aufkommen, Tone einzeln ist leichter, aber bitte keine Spoiler. Die Frequenz der großen Taste, ne, glaub ich nicht. Das ist nur damit ich weiß, wo es ist, das Bild, denke ich mir. Gehen wir hier nochmal hin. Hm? Hm? Ja. 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 Ja, die müssen wir uns nochmal anhören. Dann werden wir gleich, da werden wir mal öfter rüber laufen müssen. Eine Escape Group, der wie Mist aufgebaut wäre. Ich kenn das Spiel nicht. Ok, alles klar. Dann, betragen ist erlaubt. Dann habe ich nichts gesagt, du. Wir haben ja auch zwei Profis an Bord, die das natürlich in- und auswendig kennen, die beißen sich hier regelmäßig schon auf die Zunge. Ist das das Ding, was ich vielleicht damit gesteuert habe? Ich nehme jetzt erstmal keinen von den Zetteln mit. Ja, es hängt alles mit dem, mit dem, mit den Geräuschen da zusammen. Es ist schön gemacht, aber es ist das einzige Rätsel hier, glaube ich, sind diese Geräusche. Das ist natürlich problematisch. Mehr muss ich an ihnen hinkriegen, nur das. Ah, mal schauen. Meine Zunge? Haha, ok, alles klar. Machen wir es mal anders. Also, das ist die Rakete, das ist das, das ist das. Zeigt das nicht jetzt dasselbe? Nee. So, also das sind die einzelnen Positionen. Und jetzt kommt es gleich noch auf die Reihenfolge an. Das ist der. Das ist... Boah, sind die ähnlich. Das ist der. Ach, das ist der. Ach, das ist der. Der untere und der obere. Der obere und der hintere. Ok, versuchen wir es nochmal. Der obere, der, der, das wird mir angezeigt. Der hintere, vordere und... Warum hat er... Der... Der, 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 der... Und der. Ja. Also der zuerst. Das Ding zuerst. Das Ding zuerst. Und das als zweite. Das ist so eine leichte Welle, die nach links läuft. Eine entspannte Welle, die nach links läuft. Und das ist diese schnelldrehende Welle. Das ist ganz unentspannt. Das ist die, die rückwärts läuft. Ok, wir gehen mal raus. Gucken mal nach. Ich glaube, ich darf da nicht nach den Geräuschen gehen. Ich darf nur nach der Optik der Welle gehen. Oder ich darf nur nach den Geräuschen gehen und darf nicht nach der Optik der Welle gehen. Eins zum beiden. Schade, dass ich hier raus muss, um in den Foto-Modus zu kommen. In das Foto-Album. Ich habe jetzt natürlich nur ein Standbild. Ich glaube, das war der. Foto-Album. Ich weiß nicht, ob das stimmt mit der Reihenfolge. Dann wäre das der zweite. Das war... Echt jetzt? Ok. Der zweite ist das entspannte Dings. Lass das entspannte. Das dritte ist... Die rück... Das dritte war aber hier hinten. In welcher Reihenfolge habe ich denn die Fotos gemacht? Das ist doch eigentlich das dritte. Und dann kommt das als... Ich habe ja aber die Fotos in der Reihenfolge gemacht. Es verhängt sich klar nach links. Ja, ja, das lief nach links. Ja, ja, das lief nach links. Das ist aber nicht das dritte. Das ist das dritte. Ich bin ganz sicher. Oh, ey. Fotos bringen dir gar nichts, ne? Ich bin auch unentspannt gleich. Ich bin auch gleich unentspannt. Es ist so... Das Foto bringt dir gar nichts, ne? Das Foto bringt dir gar nichts. Ich weiß nicht mal, warum ich hier Licht anmachen kann. Das ist das ganz kurzwellige. Das ist das ganz kurzwellige. Das muss ich auf jeden Fall nochmal anders machen. Das ist das ganz kurzwellige. Das ist das entspannte. Also das ist das super kurzwellige. Das geht sehr schnell nach rechts in großen Wellen. nur mit so einem Rauschen-Geräusch. Okay. Unterscheidet sich aber von dem... Also das ist sehr langsam und sehr hohe Wellen. Das ist recht schnell. Das läuft rückwärts. Also kurz. Das dritte ist super schnell. Das vierte ist rückwärts. Lass mich raus hier. Ich bin mir zu schnell zum mitschreiben. Ich könnte eigentlich mitschreiben, ne? Eigentlich hätte ich mitschreiben können. Aber... Ja. Ich versuche... Keine Ahnung. Auf dem Rückweg hat man es ja schon wieder vergessen. Das ist ja das Problem. Ich muss erst mal eins korrigieren. Eins ist doch schon mal nicht richtig. Glaube ich. Was gibt es denn hier noch an kurzwelligen Sachen? Ein Beispiel von von dir. Ich gebe Ihnen zurück an kurzem von dir. Was Colter der czytaicie? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und was war das? Und was war das? Das läuft das nach links oder nach rechts? Ich kann es gar nicht so wie die ausmachen Aber es ist das einzige, was zu tiefenentspannt ist Ja, das ist das einzige, was wirklich so entspannt ist Dann ist das richtig Das ist das, entspannt Bin ich mir nicht ganz sicher Das ist rückläufig Und da muss ich nochmal gucken Lissi Hey Vielen lieben Dank Dismantel Wir steigen hinab in die Unterwelt Geht's euch gut? Ich hoffe, ihr habt ein schönes Team Was war denn Dismantel nochmal? Was war denn nochmal Dismantel für ein Genre? Ein Überwell Gänzeichen, Stefan Moin Queckos Hallöchen Na? Einen wunderschönen guten Abend Dankeschön Wir sind hier an einem ganz entspannten Rätselabend Mit viel hin und herlaufen Weil ich mir Dinge nicht merken kann Ich werde jetzt aber mal mitschreiben Ist ein herrliches Spiel Aber ja auch was für mich Aber Genre Ah, Zerstör alles in Klatschen infizierte Das klingt umsetzbar, ne? Sevo, Moin Okay, ich notiere mir hier mal eben Sachen Ich notiere mal eben was Links So, okay Erstens Falls das erstens ist Eins oder der vierte So, das machen wir mal Dann machen wir zwei Oder der erste Ja, das entspannte So Dann kommt Das ist der dritte Sekunde Ich muss mir Notizen machen So Dann kommt der dritte Bis zum der fünfte Schnell So, okay Dann kommt der hier Der zweite Oder der Quatsch Der vierte Oder der zweite Oder der letzte Notizen Das ist der dritte Oder der fünfte Oder der dritte Der fünfte Oder der dritte Weil ich nicht weiß Welche Reihenfolge Hier angesagt ist Okay, das ist Das ist Das ist Ich habe mir da sehr viele Notizen So gemacht Das ist Vielen Dank.